So, guten Tag meine Freunde. Heute spielen wir Schlenderman. Wieso habe ich das jetzt so ausgebrochen? Oh mein Gott. Egal. Also, Schlenderman werden die meisten vorher kennen. Das Spiel heißt die 8 Pages. Also es geht um 8 Seiten, die man sammeln muss, indem man in den Wald erst eingezäugt ist. Und da wurde ich Schlenderman und der hat halt kein Gesicht. Und deswegen jagte uns und würde uns fressen. Oh ja. Wieso habe ich das jetzt gemacht? Scheiße. Das hat gar kein Sinn gemacht. Wie bei meinen Outlast-Filmen bleibt das Licht an, weil ich mir sonst Schimposen scheißen werde. Ja, das musste ich jetzt loswerden. Also soweit ich weiß, muss man die 8 Seiten sammeln. Und die sind so an Orten, die so mehr oder weniger speziell ausschauen. Also nicht irgendwo hinter einem von diesen 1000 Bäumen. Sondern hinter irgendwelchen Häusern oder so. Habe ich gehört. Und ja. Sobald ich eine Seite gesammelt habe, beginnt das. Dann kommt der Schlenderman und schlendert durch die Wälder. Oh mein Gott, ist das so schlecht. Ja, das ist Tangemos. Ah, da ist die erste Seite, Leute. Die erste Seite. Und dieser Baum mit einem Tugend, der anscheinend das Lenderman da sein, fehlen soll. Und da steht Fall ausdrückt. Wunderbar. Und jetzt geht's los. Man hört im Hintergrund schon leicht solche Paukenschläge. So wie wenn bei den Hungerspiele einer drauf geht. Da schießen sie auch immer mit Kanonröhren. Und jetzt könnt ihr quasi hinter jeder Ecke lauern, der Schlenderman. Ah, noch meine Seite. Das ist gut. Ah, und jetzt, wie ich schon vorher gesagt, könnte hinter jeder Ecke lauern, der Typ. Der hat aber kein Gesicht, deswegen kann er mir eigentlich nichts tun. Aber mein Gott, wir müssen ja. Leute, die kein Gesicht haben, haben halt... Ja, die haben auch keinen Mund, das ist klar. Aber die haben halt dann ihre Zähne im Arsch. Die haben ihre Zähne im Arsch. Ja, der frisst uns dann mit seinem Arsch auf, wenn er uns findet. Weil was anderes würde ja einer kommen machen. Ha! Alter Scheiße! Uff! Okay. Das war schon gar nicht, wie sie Bäume schauen. Also... Ja, das rede ich schon wieder. Ich weiß gar nicht, was ich rede. In meinem Kopf gehen die ganze Zeit von Gedanken rum. Und... Ey, die sind irgendwie richtig cool. Aber wenn ich so einen Aussprich habe, dann bin ich nur so scheiße raus. Was mach ich hier? Das ist so ein Horrorspiel. Ich sag das Lachen. Das ist irgendwie immer so. Immer wenn ich nicht weiß, was ich sagen soll. Kommt immer so... Jede Minute so minütlich kommt immer so ein... Okay. Okay. Haha. Nur damit ich irgendwas sag. Ein Baum. Es ist ein Baum im Wald. Aber ein großer Baum. Oder auf der Seite. Leave me alone. Das Licht wird immer schwächer. Das Licht wird immer schwächer. Das Licht wird schwächer. Ich frage mich, was passiert, wenn ich mich jetzt umdrehe. Aber ich will die Antwort auf die Frage nicht wissen. Ach komm, da wirst du noch dran. Ha. Und das hat an der Tür bleutet. Prima. Ah! 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 Leid auf dir zu! Leid auf dir zu! Gott, wo bin ich? Wo bin ich? Wo bin ich? Ah! 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 Oh mein! Ah! Was mache ich hier? Das war total scheiße! Ja, okay. Es klingelt an der Tür und ich weiß auch nicht verrecklich nicht, wer das ist. Also gehe ich jetzt dahin und deswegen war es das Ende von dem Video. Was ja auch ziemlich gut dazu passt, dass ich jetzt tot bin. Was ich auch gar nicht so geplant habe, habe ich nicht. Ehrlich nicht. Vielen Dank.